Und Tels finden. Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, wo der ist. Hier rein, nein. Nein, okay. Wahrscheinlich im Jungle. Gucken wir gerade nochmal den Tipp an. Casinos sind nie gut. Stell ich jetzt zuerst nicht betretbar. Stell ich jetzt zuerst sag ich schon, der Bahnhof. Ah, Amy. Und Amy ist erspielbar. Jupp. Das weiß ich. Jetzt müssen wir erst Amy machen. Der Twinkle Park. Ach, hier. Es sagt, zwei Cousins sind frei. Los geht's. Äh, nö. Oh, Mann. Das Mädchen ist so schwer. Oh, der Twinkle Park, der hat schlechte Erinnerungen. Der weckt schlechte Erinnerungen. Der weckt schlechte Erinnerungen. Ja, so funktioniert das. Und wir wollen hier lenken. Deshalb gibt es so viel Sinn, diese Hitboxen teilweise. Ich kriege ja ein paar Ringe. Irgendwie scheinen die mir nicht gegönnt zu sein. Ah, jetzt. Ein paar Loopings. Eine dünne Passage. Mit Doritenschauer. Zack, dann haben wir das auch fertig. Und eine Achterbahn mit Raketenantrieb hätte ich auch gerne. Nicht einen haben wir drauf und schade. Dann brauchen wir noch ein bisschen was gegen den Fetten da. Dann müssen wir wieder den einen abwabbeln. Dann haben wir nichts. Dann haben wir nichts. Sonst wohin. Dann gehen wir auch durch. Hier hoch. Was für ein Sinn. Aber egal. Okay. Warum der? Das war knapp. Und wenn wir da beinahe runter gefallen. So wie jetzt. Das wird uns so oft passieren. So wie jetzt. Dann gehen wir das nochmal. Uh. First try yo. Nein. Ficken maaan. Das shit nochmal probieren hier. Das ist etwas. Wenigstens etwas. Und wir es jetzt endlich schaffen. Dich haben wir... Dich haben wir... Dich haben wir... Oh man! Wollen wir denn auch nicht... Ringen übernimmt... War ja gut... Können wir in dem Spiel auch nichts anfangen, Rande? Halt alt! Geh hoch... Komm schon... Ah! Nice Ready... Go! Schon sind wir hier rum... Ich tue gerade so, als wäre das mir einfacher... Tierchen aufsammeln... Münze... Und das Level beenden... Zack! Komm schon, ein paar Tiere noch aufsammeln, bitte! Nein... Okay... Schade... Dann halt nicht! Kurz vor den 100 Münzen... Station Square... Willkommen in Twinkle Park! Oh, schade! Ich habe Amy verloren verloren! Ich hoffe, dass das Roboter... Halt die Haut nach ihr... Ich hätte besser sie sehen, bevor es geht! Jo... Eine Zeitung... Naja... Sondern... Firmaausweis... Ich mache mich mal rein... Ab in die Firma... Speed Highway... Zack... Benutzen wir auch den Speed Highway... Für... Was er da ist... Zum... Rumspeeden... Nope... 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 So nicht, mein Freund... Röhre hier entlang... Jetzt müssen wir irgendwo festbaden... Jetzt hier rein... Zack... Und hier geht's raus... Auf... Noch ganz rum... Ja, Mann... Really, Nigga... Really? Jetzt aber... Ich habe einen Cap da dran... Man hat da sonst nichts zu tun... Ja... Alles klar... Vogel und ein Hase... Wenn ich tomorrow k ciclig... Tut... Oh... Was ich mit dem anderen Mal wach? Wenn duуки... Ich gerne... Oh... Ich könnte nie gerne... ich hätte gern mitnehmen aber schnell hier lang ist so ein krasser badass muss man sagen ja mich doch an man gerne beide mitnehmen hallo vögelchen das ding auch kaputt machen die ganze polizei die hinter einem so her ist noch hier noch ein paar münzen generator ausglocke und level geschafft das vögelchen fliegt da immer noch rum hier hier hier